hallo leute ich bin der mitner bernadi und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute habe ich für euch die silver fountain xl von agento für euch ja 45 mm fontäne mit einer brindauer von ungefähr 30 sekunden und die steighöhe ist mit drei meter angegeben ja wir werden sie erst mal zünden mein fahrzeug findet ihr wie immer am ende des videos und dabei wünsche ich euch viel spaß agento silver fountain xl kommen wir zum fazit also die silver fountain xl war für den preis eine wirklich sehr leuchtstarke und dichte silberfontäne allerdings muss man sagen dass sie halt nicht auf der qualitativen höhe von jetzt einem bugano oder einem lonster vulkan sind da muss man allerdings noch sagen dass die silver fountain halt weniger als die hälfte kostet also vielleicht so als frontstücke ist die silver fountain meiner meinung nach sehr gut geeignet also für vier euro ungefähr absolute kaufempfehlung auf jeden fall dass man auch noch aufgefallen ist dass die der der fontänen körper doch recht schwer ist macht so ein bisschen der eindruck als wäre es irgendwo ich sag mal pyromold design oder irgendwas in der in der art auf jeden fall ist es halt kein pappkörper wo die jetzt noch mal erwähnt haben also insofern ja vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja über abo kommentar und like würde ich mich natürlich immer sehr freuen ansonsten freut ihr auf das nächste video und auf wiedersehen